Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Memento Mori, wie ihr seht, mit Alice Madness Returns. Der Folge, keine Ahnung, 13. So, da ging eine Türe auf. Eine Erinnerung, bin gespannt. Eine häusliche Erinnerung. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Okay, sagt uns eigentlich rein theoretisch nichts. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich gejagt. Ja, ich wusste es ja. Na komm, Alter, das ist doch... Das war knapp, ne? Halte mal der Königin Ausschau. Aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Oh ja. Okay, da waren jetzt ein paar Fring Drops vom Spiel. Egal, wir werden jetzt gleich wieder gejagt. Eine G-Panzer der Wache. Oh ja, wir sind schon stark, ne? Oh, jetzt hat er mich erwischt, ne? Aber ging gut. Ja, Alice hat eigentlich auch so einen Enrage-Boost oder so, ne? Da macht sie ziemlich viel Schaden, wird weiß, schwarz, keine Ahnung. Bis jetzt haben wir es, glaube ich, nur einmal gesehen. Vielleicht lasse ich sie noch mal unter diese Schwelle fallen. Mal schauen. Mal schauen. Ein guter Gast bleibt gleich zu Hause. Ein guter Gast bleibt gleich zu Hause? Wie cool. Ah. Jawohl. Quatsch. Man hat das rote Pferd sich einfach umgegärt. Ne, komm. Ganz nach oben. Klar, ich bin schwerer als meine Bombe. Das war ja klar, dass man sich da etwas spielen muss. So, jetzt. Au. Er schießt irgendwas auf mich, ne? Na komm. Okay, der ist ja nur angreifbar, wenn er, glaube ich, seine Fresse zeigt. So, weg mit dir. Tun erst auch nur, ne? Patsch. Ein fieses Lächeln von mir. Okay, jetzt. Oh, fuck, das war knapp. Okay, da unten ist eine Erinnerung. Aber ich müsste alles... Ne, ist eine Flasche, ne? Ich müsste alles neu laufen, ne? Das wollen wir nicht. Okay. Jetzt geht's. So, langsam überspringen. Und dann wahrscheinlich wieder gejagt werden von dem großen Bösen. Für die königlichen Waren dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer. Oh, ja. Wir sind die Opfer. Ne, komm, das kann's doch nicht sein. Ich habe schon gerechnet mit so einem Pilz-Domben. Schau, jetzt... Das gibt's nicht. Ab und zu funktioniert der Doppelsprung. Ab und zu nicht. So. Na toll. Ne, komm, nicht der große. Der Tee ist fertig. Der nervt einfach nur. Der bringt seine eigenen Karten auch um, ne? Hehehe. Ja, ja, da kommst du nicht nach, ne? Hahaha, der Blöde. Ja, und wohin? Okay. Mist. Wo sind wir jetzt? Was ist das da drüben? Nichts. Nur ein Zahn? Nur ein Zahn. Okay. Okay, ich versteh's schon. Ich versteh's schon. Und weiter geht's. Hier rüber. Und dann... Nach vorne. Und dann... Weiter, ne? Und das jetzt aufschießen. Bumm. Bumm. Jawoll. Wahnsinn. So ein Pilz hier noch. Nochmal. So. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Ist das eine Zunge? Was fliegt denn hier und keucht und fleucht herum? Na? Oh ja. Okay, es ging noch. Okay. Und jetzt. Volle Kanne drauf. Und weiter geht's. Okay. Ist noch oben gegangen. Nee, oder? Okay, sie geht zum Glück nochmal nach oben. Der Kopf muss ja ab. Der Kopf muss ja ab. Ah, die sind jetzt rot, ne? Wahrscheinlich voller Blut. Blut und trotzdem noch schwarz. Naja. Okay, links geht's wohl lang. Rechts auch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist. So. Nochmal hier rauf. Ja, wie gefällt euch bis jetzt das Spiel, ha? Ist ja eigentlich ziemlich... Hilfe uns, Alice! Rette uns, Alice! Lass uns nicht allein, Alice! Lass uns nicht zurück, Alice! Bleib bei uns! Okay, ich bleibe eh da. Kein Problem. So, ich glaube, es geht jetzt... Hier rauf? Nee! Mah! Gibt's doch nicht. So. Diese Richtung wollten wir noch. Sind ja gestorben und spawnen am Anfang. Das ist ja wenigstens hier zumindest. Das Coole, ne? Da, jetzt geht das Gleiten wieder nicht. Okay, ich bin hier oben. War das gut oder war das nicht gut? War das gut? Ich glaube, es war nicht gut. Was ist denn das? Schweineschnauze. Oh! Okay. Hier durch, oder was? Haben sie aber gut versteckt, ne? So. Gibt's hier mehrere Wege, oder was? Na? Okay, das sieht... ...nach richtigen Weg aus. Wir schauen sich den anderen auch noch an. Wo kommen wir hier lang? Rechts? Links? Links geht's nicht, ne? Ne. Auch keine Erinnerung. Einmal ist der Wüstling mir in die Darmentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Nichts. Nein. Okay. Waterloo? Darmentoilette? So ein Wüstling. Haha. Okay. Ähm. Ja, ich glaube, der Einserteil, der ist noch schräger, ne? Nee. Na, na, na. Das gibt's doch nicht hier. Gibt's doch nicht. Eins. Na toll, eins. So. So, jetzt. Jetzt. Eins. Na, wo ist die zwei? Nein. Boah. Gibt's doch nicht hier. Ja, das ist jetzt ziemlich blöd da, ne? Boah, das war knapp. Okay, zum Glück sind die nummeriert, ne? Dann wär's ja viel schwerer. Hm. Nein, ins Leere gesprungen. Das ist halt das Blöde, ne? Ohne Witz, man weiß nämlich nicht, wohin. Eins. Zwei. Ist da vorne sicher die drei? Nein. So. Hm. Ich glaube. Nein. 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 So, ging ja gut. Runterspringen tue ich jetzt nicht mehr. Sonst muss ich alles neu springen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, was ist das hier? Nichts. Okay. Hier wäre es höchstwahrscheinlich auch gegangen, ne? Aber das ist nicht der reguläre Weg, oder? Da war ich ja eben, oder? Ja, da war ich. Okay, dann müsste es rein theoretisch hier dann weitergehen. So, okay. Boom. Okay, ich schätze, da taucht dann gleich wieder was auf, wo wir drauf schießen. Oder? Geht sich das aus? Jawohl. Okay, was war hier? Links tot. Rechts hase. Abschießen. Ja. Links tot. Okay. Wo ist der tot? Wo ist der tot? Patsch. Jetzt kommt der tot gleich, ne? Weg mit dir. Weil wir draufstehen. Weg mit dem Umbrella. Hi. Umbrella. Älla. Was ist denn der da hinten, ne? Der im Hintergrund. Was ist mit ihm da? Der Hauptzeug, der hat seinen Spaß, ne? Na komm, bitte. Der Kopf, ja. Okay. Wir zweilen mehr von der Realität preis als das gespiegelte. Danke für den Tipp. Wieder in Schach. Starten. Oh, versagt. Oh je. Klaro. Ähm. Ah, das gibt's doch nicht. Das... Gibt's doch nicht. Okay. Haha. Oh. Nochmal. Ja klar, Wubi ist nochmal. Ähm. Das blöde Pferd hier. So, ich bin mal spiegelverkehrt. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Ich bin so klug. Nee. Das gibt's doch nicht. Okay. Vorne? Überspringen. Oh, ich hab's überspringen können. Oh, ich bin so clever. Aber wie es weitergeht, Leute, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Euer Memento Mori. Ciao, ciao. Ciao.